Ihr habt es bestimmt schon erraten. Ich kann einfach nicht aufhören. Dieses Wimmelbildspielen ist so spaßig. Und da ich im Moment auch gar nicht mal so fit bin, um Technomancer anzufangen oder mich in Oblivion zu stürzen, und noch sehr, sehr viele Folgen für... Na? Wer das kurz online habe? Das ist auch wieder der Tag für eine Nachtschicht. Es ist jetzt gerade mal 20 vor 12. Na, gibt es noch ein Wimmelbild. Diesmal von Artifacts Monday. Das ist hier dieses typische Zeichen. Das ist wie eine Sammleredition. Das heißt, es gibt mit Sicherheit nochmal sowas wie ein Bonuskapitel. Aber wir fangen einfach mal an. Wie immer auf einfach oder in dem Fall als normal. Es gibt normal, schwer und sehr schwer oder sowas. Normal, schwierig, schwer. Und wir spielen. Ah, hier. Genau. Das Arboshare-Abenteuer und Bella Eidel-Abenteuer. Das Bonuskapitel. Dürfen wir noch nicht. Machen wir auch noch nicht. Machen wir aber nachher mit Sicherheit. So. Ah, nochmal. Normal, schwierig, schwer. Genau. Wie immer, ne? Normal. Mal. Ja. Mal. 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 chemistry once upon a time there was a man who went from town to town with songs and poetry capturing the souls of children that escalate quickly Von Generation zu Generation Die Geschichte ist vorbei. Aber jede Geschichte hat ihren echten, bitteren Anfang. Das fängt schon herrlich doof an. Das ist sehr entspannend auf jeden Fall. Ich hoffe, die sind so gut wie die beiden davor. Brink of Consciousness. Rettet die... Was? Machen wir mal. Zack. Du kannst Leute, die du siehst ansprechen, reden mit dem Magier oder nennen das eine Meute. Mhm. Wow. Super. Bis jetzt alles wie gehabt, ne? Hm. 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 Machen wir mal. Machen wir mal. Ein Magikram. Magikram. Wenn das der Stefan wüsste. So. Aha. Ja. 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 Geht es doch auf Mitte. Ja. 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 Danke schön. Danke schön. So. Ach um die Karte. Hier kann man wie ab jetzt reisen. Das habe ich so vermisst bei den beiden anderen. So. Da können wir aber noch nicht hin. So. Gut. Ich finde ich werde weiß mit so einem Tipp und die Nerven. Ach so. Ja. Danke schön. Ja. Ist das nicht toll. Aha. Zauberladen. Da ist er doch. So. Das machen wir aber jetzt nicht. So. Jetzt reicht es aber. Danke. Gut. Jetzt bin ich schon neu. Ja. 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 Das finde ich aber jetzt nicht. So. Fangen wir mal an. Ja. Ja. Artefacts Mundi habe ich schon einiges gespielt. Also. Die haben wir schon mal. Oder? Drei. Vier. Goldfisch. Da. Schutzbrille. Ein Krawattchen. Krawatte. Wo ist sie? Da. Fächer. Das ist eine Ente. Das ist keine Taube. Aber ein Vorhängeschloss. Hm? Das Konferenerspruch sollte doch zu finden sein. Da. Zauberstab. Das ist ja eine Pipette, oder? Zauberstab. Oh. Das war keine Pipette. Das war keine Pipette. Okay. Mhm. Die Taube. Da. Und am Schluss die Mundharmonika. Das ist eine Mundharmonika. Ja. Na. Gut. Super. Dankeschön. Ah. Und den Zauberstab. Oh. 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 Super. Ich kriege Aronenschaften. Das ist toll. Danke. So. Und ab jetzt sind wir auf uns allein gestürmt. Hm? Das könnte ja sein können, ne? Mit dem Ende haken die das auch nicht. Nee, ich steppe mich nie. Hm. Hm. Sonst noch was? Da können wir mit dem Ende haken hin. Hm. Ja, mit dem Schlüssel. Hm. Dorf. Ja. Gucke ich mal nochmal. Ich bin hier. Da ist eine Aktion verfügbar. Hm. Habe ich das verstanden? Ne. Doch. Darin. Die Karte. Dorf. Dorf. Bar. Karte. Dorf. Mitte. Und hier geht noch was. Ach. Ne Quatsch. Hier. Natürlich. Was hat alles? Ah. Da ist ein Mond. Okay. Dann gehen wir jetzt noch mal zurück. So. Die Harten ging schon da in der Luft. Dieses Feuer könnte nützlich sein. Sollen wir es in der Wage mitnehmen? Nö. Nö. Ist ja gut. So. Later. Jetzt können wir alle weiter gehen. Ne Aussparung. Ich bin ein bisschen leiser, weil meine Frau schläft. Ja. Es fehlt alles, da ist noch was. Hallo. Ja. Hm. Na du. Da muss ein Stern rein. Dankeschön. Hm. Hm. So. Haben wir noch was? Da ist was. Was ist das? Ein Fackelstab. Sehr schön. Damit kann ich was anfangen. Hm. Oder sogar jetzt tatsächlich ein Düsseldorf. Da ist ein Schlüssel. Mit einem Mond. Mit einem Mond. Das ist gut. Na dann machen wir das doch schnell hier. Den Fackelstab. Nein. Vielleicht können wir das im Feuer platzen. Egal. Wir können ja den Zauberladen. Ach, da ist er schon. Ich habe nicht meine Daughter gefunden. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und der Mob macht Dinge schlimmer. Ich schaue, dass sie mit der Leute draußen sein kann. Ich werde sie finden. Bitte. Bitte. Use was, was du von meinen Dingen findest. Ich werde sie dir gut servieren. Mhm. Okay. Bild. Nochmal wimmeln. Das ging aber schnell. Scheuerbürste habe ich gesehen. Schmetterling habe ich nicht gesehen. Aber das Taschentuch. Das Hufeisen. Der Dominostein. Ein Fernglas. Mhm. Da. Schmetterling. Nein. Baseballzange. Zange. Baseball. Baseball? Zange Zahnbürste. 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 Nein. Zange. Wo ist denn der Schmetter? Oh. Der ist aber gut versteckt. Es fehlt wirklich nur noch die Zahnbürste. Weiß eh. War keine, ne? Die leuchtende Würfel ist furchtbar. Den brauchen wir später noch. Bestimmt. Wo ist denn die Zahnbürste? Wo ist denn die Zahnbürste? Zahnbürste. Zahnbürste. Da sind Sachen schon jetzt drin. Die ich später mit Sicherheit brauche. Und wie die Würfel. Aber ich sehe. Keine Zahnbürste. Naja, die Errungenschaft ohne Tipp. Was hätte ich jetzt gewusst. Was hätte ich jetzt gewusst. Was haben wir? Die Zahnbürste. So. Da gehen wir glaube ich mit dem Mondschlüssel dran. Und kriegen den Sternschlüssel. Und von dem. Ja, hier ist jetzt nichts mehr zu tun. Wir machen erstmal noch nicht das. Oder können wir noch nichts anfangen. Oh. Echt. Da mit? Ja. Verborgene Klinke. Aha. Was ist das? Da fühlen wir nicht um die Öffel? Was? Nein. Ah. Der Hund ist echt. Okay. Hm. So. Klick aufs Verteilung um sie zu vertauschen. Weil er. Bisschen bitt. Das doofe ist jetzt, dass es hier drin ein Hundegebell gibt im Spiel. Und draußen bellt auch einer. Das macht mich grad so ein bisschen kirre. Das da war nichts. Mhm. Das kommt da hin. Hm. Hm. Ich mach jetzt meinen Stern fertig in der Mitte. Und der Rest dürfte dann hier einfach sein. Hm. 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 Ähm. Das ist auch nicht der Richtige. Warte. Ähm. Ja klar. Ja klar. Was könnte denn das? Nein. Nein. Jetzt bin ich aber auch ein bisschen doof gerade. Das kommt da hin. Das kommt da hin. Das ist gar nicht so einfach. Aber auch gar nicht so schwer. hier. Nein. Hm. 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 Da muss doch immer noch die Spitze sein von dem her. Jetzt ein bisschen, obwohl das ja auch, ne das stimmt ja auch nicht, oder? Wow. Alles da stimmt ja auf jeden Fall. Da unten. Der stimmt auch. Nein. Nein. Das sieht gut aus. Das auch. Das lassen wir jetzt in Geld nutzen. Das war nicht nur eindeutig, ne? Da kommen wir zur Dorfmitte und da sollen wir auch entladen. Wo ist der Böse? Neues Ziel. Da habe ich, habe ich Ziele. Voll über dem seltsamen Mann. Schade, was ist denn hier? Ein Stein. Ja gut. Rattet sich bissig aus. Und dafür habe ich hier einen Stein. Nein, ist ja gut. Dafür habe ich hier den Fackelstab. Hm. Schau doch mal auf die Karte. Da ist noch etwas. Das gehört alles zur Dorfmitte. So, ich habe das Fand. Ah, da ist er dort. Oh. 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 Bitte. Erst mal ein bisschen. Krümliche Zeit. Seestern Patrick. Eine blaue Scheibe, eine Muschel, noch eine Muschel, Hammer. Furchtbar viele Schmetterlinge, die ich nicht brauche. J ist keine römische Zahl. Oder? Nein. Haken, Löwe, ein Löwe. Na, der sollte doch zu finden sein. Wer ist der Löwe? Was sehe ich denn? Die römischen Zahlen. Der Löwe. Noch eine Muschel. Zahl. Ne, das ist keine Muschel. Das geht ja um Muscheln, die so ähnlich aussehen. Also lasst es mal. Haken, Löwe. Lippenstift. Dynamit. 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 Und Löwe. Löwe. Das ist bestimmt irgendwo hingemalt. Mich irritieren die ganzen Schmetterlinge. Wo ist der Löwe? Hammer. Und noch eine Muschel und das ist keine Muschel. Herzmuschel gibt es auch, aber das ist auch keine. Aber ich sehe den Löwen nicht. Und den Haken und den Hammer. Hammerchen. Hammer? Haken. Was ist das? Oh, sag mal, es ist aber ein bisschen doof, ne? So, Muschel mit Löwe. Hm? Ja. Das sind Seepferdchen. Das geht nicht. Das ist auch kein Seelöwe. Hm? Kinamit. Das sind doch solche Stangen zusammengebunden meistens. Oder eine einzelne Stange. Aber ich sehe hier keine Stange. Die Vermögel sind irgendwie schwieriger. Die Vermögel sind irgendwie schwieriger. Ich setze mich mal anders hin. Lein Auge, ich teste schon nach. Vor allen Dingen der Löwe. Der ist bestimmt irgendwo hingemalt. Was? Ist das ein Löwe? Na gut, das war jetzt echt, ne? Das Ding habe ich gesehen und hätte es nicht für einen Löwen gehalten. Aber die Muschel. Die Wimmelbilder sind schön. Ah, da ist eine Muschel. Dann fehlt nur noch das Dynamit. Aber im besten Willen. Ich meine, das da kann es nicht sein. Also, ich werde mich wahrscheinlich ärgern, aber... Oh. Okay. Ich habe das gesehen. Ich habe das tatsächlich für die Abdeckung gehalten. Aber jetzt habe ich die blaue Scheibe. Da kann ja nichts mehr durchgehen. Ja, danke. Äh, noch nie haben wir einen... Das ist schon ein bisschen doof alles. Aha. Das Rad ist kaputt hier. Ist klar. Das können wir aber mit einem Stein... Ja. Da fehlt der blaue... Die blaue Scheibe. Nein. Da fehlt ein Löwenkopf. Das weiß ich auch. Die Platte fehlt ja ja. Mhm. Die bissige Ratte. Die wird auf sich auf ne blauen Scheibe nicht. Mein einziges Kind ist weg. Nein. Das ist keine normalen Gelegenheit. Die anderen wurden getötet. Und alle meine Schäden befinden sie. Nichts. Nichts. Ja. 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 Das ist... Ja. Wissen wir also. Die sind wirklich traurig ja. Nacken. Mhm. 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 Okay. Ich find's da eigentlich relativ hell. Was? Entschuldigung. Oh. So. Das sieht wie eine Artcode aus. Das ist schon gut. Das ist schon gut. Ach komm mal. Naja gut. Dann war's ich das ja. Ja. Da fehlt aber immer noch was. Das war. Ah. Und jetzt. Wo sind wir denn? Hier? Und da ist noch was zu tun. Also... Ach, da war ja noch was. Was ist denn da? Ein Meißel. Ist jetzt aber immer was zu tun. Ja. Natürlich nicht. Der Meißel kommt nix, der Lappen auch nicht. Nee. Ach, die Nase macht mich wahnsinnig. So, Moment bitte. Ich muss ganz kurz mal die Nase... Irgendwie ist es schwieriger als das andere. Ja, ja. Und die Steuerung ist nicht ganz so intuitiv. Tja. Ja. Nee. Nein. Hm. Warte. Ja. 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 Eine Fackel. Das ist aber natürlich nichts zum Anschluss. Aber vielleicht knifst du trotzdem hin. Ja. Ja. Aber die brennt nicht, ne? Nee. Okay. Okay. Hätte sein können. Da ist immer noch was zu tun. Da auch. Mhm. Eine Art Code. Ist da auch sonst noch was? Nein. Okay. Mhm. Weitere Scheiben habe ich auch nicht. Mhm. So. Hier ist ja sonst auch nichts mehr. Verdammt. Irgendwas. Hm. Ist klar. Okay. Schauen wir mal wieder was ich machen muss. Nein. Jetzt nicht. Nicht mehr. Gut. Also können wir weiter. 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 Ja. Genauso macht man das mit der Fackel.